Hi Leute, hier aktuell beschäftigen wir uns bei uns auf dem Kanal ja viel mit den verschiedenen ETFs, weil wir uns natürlich auch etwas breiter aufstellen wollen und auch müssen, weil natürlich die letzte Zeit an den Börsen, an dem Markt etwas herausfordernd war. Wir haben hier sehr gut abgeschlossen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie wir im Vergleich zum MSCI World abgeschlossen haben, dann klickt nochmal auf eines der letzten Videos. Da sind wir da ein bisschen drauf eingegangen, zum Beispiel im Jahresabschluss, dass wir doch schon ordentlich besser performt haben. Wir haben dort auch gesagt, und das ist auch unsere Meinung, es ist eine Einjahres-Performance, in der wir besser waren. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem signifikanten, besseren Portfolio, sondern es war einfach ein herausforderndes Jahr. Wir hatten uns hier relativ defensiv aufgestellt und das wurde auch belohnt. Jetzt wollen wir uns ein bisschen breiter aufstellen, auch ein bisschen mehr mit dem Markt gehen und in dem Video schauen wir uns jetzt mal verschiedene Arten an, wie wir einen Welt-ETF oder einen ETF von der entwickelten Welt nachbauen könnten. oder welchen wir da bevorzugen würden. Primär haben wir drei verschiedene Gruppen, wie wir das Ganze machen könnten. Und das schauen wir uns jetzt hier einfach mal an. Konkret vergleichen wir den Amonti Prime Global ETF, einen Vanguard bzw. einen Anbieter auf den FTSE, Develop World und dann nochmal zwei ETFs, die den MSCI World nachbilden, aber hier doch etwas unterschiedlich sind. Wir gucken mal auf die Performance der ETFs, wir gucken uns die Kennzahlen ein bisschen an, die Kosten und dann natürlich auch unsere Empfehlung oder wie wir hier vorgehen würden, welchen ETF wir uns hier vielleicht für die Zukunft rauspicken würden. Aktuell der zweite von rechts, der Luxor Core MSCI World. Das ist unser ETF, in dem wir knapp 300.000 Euro investiert haben als Geldpuffer. So, genug der vielen Worte. Wir gucken uns mal den Jahresvergleich an. Übrigens, wenn ihr die Seite hier noch nicht kennt, das ist der neue oder der relativ neue ETF-Vergleich von Finanzfluss. Von Finanzfluss halten wir persönlich sehr, sehr viel. Wir gucken uns da auch sehr, sehr gerne die Videos an. Wir halten vom Finanzfluss-Team sehr, sehr viel. Und der ETF-Vergleich hier, was Finanzfluss da auf die Beine gestellt hat, ist wirklich 1a. Von daher, wie gesagt, keine Werbung, keine Empfehlung. Wir werden dafür nicht gesponsert oder sowas. Dafür sind wir auch noch zu klein. Aber Finanzfluss, die Webseite kann man definitiv empfehlen. Löst für uns ein bisschen JustETF ab. Wer sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat, wird hier mit Finanzfluss auch einiges wiederfinden. Wir haben jetzt hier die Jahresperformance und ihr seht schon hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, Der iShares-Score war minimal besser, wenn man es so sagen kann, zusammen mit dem FTSE Developed World. Beide nur minus 11,69%. Die anderen beiden waren minimal schlechter. Auf ein Jahr ist das hier total vertretbar. Schauen wir uns das Ganze mal an. Seit Vergleich, das geht dann hier zurück, seit dem ersten Tag, wo alle ETFs miteinander vergleichbar sind. Und auch hier sehen wir, dass wir keine große Abweichung haben. Zwischen 17 und 17,76% ist einfach kein großer signifikanter Unterschied. Vor allen Dingen auf gute zweieinhalb Jahre zurückgesehen. Die Performance passt also. Dann schauen wir mal weiter, wie wir die weiter unterscheiden könnten. Wir haben hier einmal natürlich, alles sind ETFs. Dann sehen wir hier natürlich neben dem Index Anbieter, MSCI World, das ist der Index. Das andere ist der FTSE Developed. Das ist der eben Developed World ETF. Und ansonsten haben wir hier noch die Markets Large & Mid-Cap. Developed Markets Large & Mid-Caps. Und die unterscheiden sich in der TR. Das heißt, die Gesamtkostenquote für den ersten würde er 0,05% pro Jahr bezahlen. Tendenz steigen mit 0,12 bis hin zu 0,2. Aber diese Kostenquoten sind für ein Developed World ETF egal welcher. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also bis 0,25, 0,3 wäre hier noch vertretbar. Das passt. Also da können wir hinter alle einen Haken dran machen. Natürlich ist 0,05 etwas besser als 0,2. Aber Achtung, die Tracking-Differenz spielt hier eine große Rolle. Leider wird die hier bei Finanzlos noch nicht angezeigt. Aber wir haben schon gehört, dass das schon mal weitergegeben wurde. Vielleicht kommt es noch nach. Wäre sehr, sehr schön. Die Tracking-Differenz ist quasi die Differenz, wie sehr der ETF vom Index abweicht. Das Ganze kann positiv sein oder negativ sein. Zum Beispiel sehen wir hier, dass unser Luxor ETF, der zweite von rechts, mit 0,12 zwar günstiger scheint, aber eine negative Tracking-Differenz hat. Das heißt, der ist eigentlich teurer. Und der iShares-Welt-ETF, der ganz rechts, wird mit 0,2 ausgewiesen, läuft aber wesentlich besser als der Index. Das heißt, unterm Strich ist der iShares-ETF zumindest mal von den kompletten Kennzahlen unterm Strich her etwas besser als der von Luxor. Wir haben den von Luxor bei uns im Depot. Wie gesagt, das macht alles keine große Performance aus. Die Tracking-Differenz ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die kann sich ändern. Aber wir sehen hier schon bei der Replikationsmethode, bei den beiden Rechten, haben wir eine vollständige Replizierung und ein optimiertes. Das heißt, der ETF von iShares kauft nur die Aktien nach mit dem signifikantesten Einfluss auf den gesamten Index. Das heißt, Aktien, die nur 0,01 oder weniger Gewicht haben, werden hier nicht unbedingt gekauft. Hat den großen Vorteil, dass hier Kosten gespart werden können und dementsprechend die Tracking-Differenz auch etwas positiver ist. Die ETFs sind bis auf den ersten alle thesaurierend. Das heißt, die Dividenden, die primär oder prinzipiell von Unternehmen ausgezahlt werden, werden hier direkt wieder reinvestiert. Ihr bekommt hier keine Ausschüttung. Das Ganze kann man so oder so machen. Wir bevorzugen, da es ein Geldspeicher ist, die thesaurierende Variante. Und hier links sehen wir eben Ertragserwendung ausschüttend. Das heißt, unser ETF hier oben, der Mundi Prime Global, der schüttet Dividenden aus. Das müssen wir einfach berücksichtigen. Die Fondsgröße ist hier relativ breit. Das heißt, von 500 Millionen Euro bis hin zu fast 42 Milliarden Euro. Wir würden immer empfehlen, einen möglichst großen ETF zu nehmen. Da ist das Risiko etwas kleiner, dass hier einfach der Fonds nicht direkt geschlossen wird. Man sagt, ab 100 Millionen Euro ist es solide. Das heißt, hier werden alle geeignet. Natürlich ist der iShares mit 42 Milliarden Euro der beste. Und auch bei Luxor gibt es momentan noch ein paar News. Hier wurde ja Luxor von Amundi mitgekauft. Da müssen wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Denn hier wird eventuell auch ein ETF geschlossen werden, weil es über 5, wenn wir da richtig sind, allein schon von Amundi gibt. Und das Fonds-Domizil, beziehungsweise fangen wir mal mit dem Auflagedatum an, 2009 bis 2019. Das passt soweit auch. Ein ETF sollte schon immer so 2, 3 Jahre am Markt sein. Sind hier alle. Das sind auch alles ETFs, wie gesagt, die namenhaft sind. Das heißt, hier geht es nicht in Nischen. Das heißt, die sind soweit solide. Fonds-Domizil, Irland oder Luxemburg. Beides super gut. Irland ist steuerlich noch minimal, minimal besser gestellt. Das Ganze war mal etwas stärker, aber ist nur noch klein. Wir würden hier natürlich auch minimal Irland bevorzugen. Wir sind aber selber in Luxemburg investiert. Das heißt, das sollte euch auch zeigen, das ist wieder nicht signifikant. Ihr könnt da definitiv beides nehmen. Die Fonds-Währung ist ein US-Dollar. Das ist gut. Das sind ja auch Fonds, die primär in Amerika investieren. Die Handelswährung, das heißt, wenn wir hier investieren, ist Euro. Wie Wertpapierleihe zugelassen, haben wir ja und nein. Ja heißt natürlich, der ETF darf seine Wertpapiere leihen und bekommt dafür etwas Geld. Das heißt, das ist natürlich noch mal wesentlich besser. Und wenn wir uns das Ganze noch mal anschauen, dann ist es nur der Luxor-Core, der das Ganze nicht macht. Ist auch in Ordnung, muss man nicht machen. Hier hat man vielleicht minimal mehr Sicherheit, aber ja, ist unterm Strich auch beides in Ordnung. Währungsabsicherung, nein, passt. Die Beschreibung steht hier einfach nur noch mal, was der Index genau macht. Es ist alles Sondervermögen. Dokumente gibt es bei allen. Die gucken wir uns jetzt nicht an, es wäre zu viel. Die rechtliche Struktur. Hier sehen wir noch mal die Anbieter. Das heißt, auch der Luxor-ETF läuft aktuell unter Amundi. Alles ETFs. Die Länder noch mal dabei. Die Fondsstruktur. Die Administration. Die Depotbanken. Und auch die Wirtschaftsprüfer. Und das sind ebenfalls hier unten mit KPMG die Leute. Alles namenhafte Prüfer. Ausschüttungen steht hier nichts dabei. Selbst bei dem Amundi, der ausschüttend ist, gibt es hier wahrscheinlich einfach noch keine Daten. Jetzt kommen wir mal zu der Zusammensetzung. Und das ist wieder etwas interessant. Ihr seht hier schon, es gibt kleine Unterschiede. Allerdings ist das nicht signifikant. Also, ob jetzt mein ETF 70,18 oder 69,34% in Amerika investiert, macht keinen großen Unterschied. Auch die Vereinigten Staaten. Das heißt, hier noch mal von 66,22% als Beispiel bis hin zu 67,14. Haken dran. Das ist alles super miteinander vergleichbar. Wir sehen hier teilweise Unterschiede. Ob Schweiz vor Kanada steht. Aber die Gewichtungen, wie gesagt, sind überall ungefähr gleich. Die Branchen ebenfalls, da haben wir von 8% bis 8,67% Software dabei. Absteigend mit Hardware, Pharma und Co. Ja, manchmal stehen die Pharma vor der Hardware und die Banken. Aber wie gesagt, die Zahlen, da kann man Haken dran machen. Was wiederum etwas interessanter ist, wie die einzelnen Aktien eingekauft werden. Und zwar haben wir hier zum Beispiel Apple von 4 bis 4,87%. Das ist auch noch vergleichbar. Aber schaut euch mal die Tesla-Aktie an. Im ETF von Amundi seht ihr Tesla mit 1,5% gewichtet. Im nächsten mit 0,93. Und in den anderen beiden finden wir Tesla gar nicht mehr. Das heißt, hier ist die Gewichtung auf jeden Fall unter 0,78. Was dann doch schon ein Unterschied ist. Wir persönlich finden Tesla ist eine Firma, die sehr solide war, aber auch sehr gehypt war. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber hier gibt es dann halt schon kleine Unterschiede, die aber auch wieder eigentlich vernachlässigbar sind. Ebenfalls, ob Geld aktuell auf der Seite gehalten wird für Reinvestitionen und Ausschüttungen. Das ist bei unserem Ausschüttenden-ETF beim Amundi Prime Global natürlich etwas mehr der Fall, als bei einem anderen, weil hier natürlich auch Geld vorgehalten werden muss, um die Ausschüttungen zu finanzieren. Die Wertentwicklung, das hat man uns schon im Chart angeschaut, aber hier könnt ihr alle mal ganz schnell vergleichen. Auf ein Jahr minus 10,09 bis minus 9,58%. Also wie gesagt, alles ähnlich. Und das Risiko wird hier in der Volatilität angegeben. Das heißt, wie sehr schwankt der ETF von positiv zu negativ die Ausschläge. Und da sind wir mit um die 15% bei allen vier ETFs ebenfalls im selben Rahmen. Hier gibt es noch mal ein paar Infos zum Vergleich. Wir würden euch einfach mal den Link zur Seite in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch das Ganze selber nochmal anschauen. Aber was ist jetzt unser Fazit? Unser Fazit, wir haben aktuell den Luxor Core MSCI World ETF. Da hier Kosten entstehen würden, werden wir den veräußern, werden wir den auch erst einmal behalten. Allerdings sollte unsere Investitionsreserve in dem ETF Richtung Null fallen. Dann werden wir die wahrscheinlich neu mit dem iShares Core MSCI World ETF aufbauen. Vielleicht haben wir dann auch kurze Zeit beide ETFs bei uns im Depot. Aber die Tracking-Differenz ist einfach positiver. Unterm Strich ist der ETF minimal besser. Das Fondsvolumen ist signifikant höher. Anstatt 2, Milliarden bei fast 42 Milliarden. Und Irland ist uns auch noch etwas vertrauter als Luxemburg. Auch wenn, wie gesagt, beide total in Ordnung sind. Wir haben auch noch den Vorteil, zum Beispiel bei Trade Republic, wo ein großer Teil von unserem MSCI World ETF liegt, können wir direkt durchscrollen und sehen unten die einzelnen Beschreibungen oder die einzelnen Positionen. Das Ganze geht bei dem Luxor Core in dem Fall leider nicht. Ja, wir würden euch eh empfehlen, vergleicht den ETF niemals bei eurem Broker, weil die Daten meistens nicht ganz so gut gepflegt sind. Dafür bieten sich einfach die Seiten der Anbieter direkt an der Emittenten oder eben Vergleiche wie Finanzfluss, JustETF und Co. Wie gesagt, das ist unser Thema. Ihr könnt euch prinzipiell alle vier raussuchen. Guckt euch vorher den ETF einfach nochmal genau an. Guckt euch mal die Tracking-Differenz an, welcher ETF bei euch am besten zusagt. Beim Vanguard FTC Orbit gibt es auch noch minimale andere Länderallokationen als bei dem MSCI World ETF. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Alle vier Produkte, würden wir sagen, sind solide. Das ist keine Anlageempfehlung. Aber ja, wir machen das Ganze ja auch Vertrauen darauf. Und das war es jetzt hier mal mit dem ganz kurzen und auch nur teilweise mit vier verschiedenen ETFs der MSCI World oder der Develop World vergleichen.